Willkommen zu einem weiteren Kapitel über Web Engineering. Ein zentrales Kapitel, weil hier werden Tools, Verfahren, Analysen, Empfehlungen, Monitoring, Best Practices und Optimierung angesprochen. Also das, was den Ingenieur im Kern ausmacht. Website-Analyse und Optimierung. Was sind die Lernziele? Am Ende dieses Kapitels, nach eifrigem Studieren der Quellen, haben Sie verstanden, was man unter Website-Controlling oder Website-Analyse versteht. Sie wissen die wichtigsten Leistungskennzahlen, die für das Marketing insbesondere wichtig sind. Und Sie haben ein Tool kennengelernt, PIVIC, das für die Website-Analyse eingesetzt wird und einige Vorteile gegenüber Google Analytics hinsichtlich Datenschutz umfasst. In einer Live-Session, zu der ich Sie noch einladen werde, am kommenden Sonntag zu einem gegebenen Zeitfenster, wollen wir einen manuellen Website-Test durchführen. Und die Auswirkungen, wenn, nun ja, hunderte von MOOC-Teilnehmern gleichzeitig Funktionen in ASNOVA bedienen, die Auswirkungen auf die Betriebsparameter des Webservers. Warum macht man so etwas? Nun, zum einen sollen Sie sehen, dass ein manuell inszeniertes Testszenario nicht sehr praxistauglich ist. Und zum anderen ist der Begriff des Service-Level-Agreements wesentlich in der Website-Analyse, weil hier werden Dienstgüten vereinbart, die unter Last definiert sind. Es macht wenig Sinn, wenn Sie sagen, die Site antwortet innerhalb eines Zeitfensters von zwei bis vier Sekunden, wenn Sie nicht sagen, wer was in welchem Umfang in dieser Zeit mit der Website angestellt hat. Also Service-Level-Agreements in diesem Kapitel beziehen sich auf Last. Wir werden, das tun wir ja schon durchweg im ganzen Kurs, Open-Source-Werkzeuge kennenlernen, die das Monitoring ermöglichen und mit dem man dann das vorher manuell praktizierte Test-Szenario automatisieren kann. Das eine nennt sich Munin, das andere J-Meter. Und wir wollen ja nicht nur etwas feststellen, wir wollen auch etwas verändern. Wir beschäftigen uns also mit Website-Optimierung. Wir wollen wissen, wie wir unsere Website schneller machen können, wie wir die Ladezeit der einzelnen Seiten mit allen Komponenten verkürzen können. Dazu benötigen wir vorab eine Analyse der einzelnen Seite. Hierzu benutzen wir die beiden Quellen Why Slow und Google Page Speed Quellen. Deshalb, weil es sind Projektseiten, in denen die wichtigsten Regeln zur Verkürzung der Ladezeit, die Best Practices der letzten, naja, zehn Jahre gesammelt werden. Die Test-Session wird in etwa so aussehen. Wir treffen uns in der App ASNOVA EU in einer speziellen Session. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es diese hier ist. In einem bestimmten Zeitfenster und stressen die Funktion Live Feedback von ASNOVA. Das ist die, womit Sie dem Dozenten in einem Hörsaal-Setting mitteilen können, inwieweit Sie der Veranstaltung folgen können oder halt nicht. Das Ziel ist die vielbeschworene User Experience, also das Empfinden der Performance einer Website, einer Web-App unterlasst, aus End-User-Sicht zu ermitteln. Und Sie werden dann sehen, dass das alles sehr aufwendig ist, gerade in der Weihnachtszeit. Versuchen Sie mal da ein paar Dutzend Leute zu finden, demnächst Ihre Kollegen, die zu einer gegebenen Zeit gemeinsam Ihre gerade entwickelte Applikation unter Last zu setzen. Wir brauchen also Tools wie JMeter von Apache, die solche Szenarien skripten und parametrisieren und vor allen Dingen im Endeffekt automatisiert ablaufen lassen. Dazu werde ich im Laufe der Woche noch eine Ankündigung per E-Mail Verschicken. Und ja, Literaturstudium haben wir natürlich auch wieder, ich habe mal zusammen gesucht bei Wikipedia zu den einzelnen Fachbegriffen dieses Kapitels, was es zu finden gab und habe das in den Reader gebunden. Thema